Und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen LP hier auf meinem Kanal, New Super Luigi U, New Super Mario Bros U haben wir auf dem Kanal ja schon abgeschlossen, wird vielleicht irgendwann mal wieder geremaked, aber starten wir mit dem DLC, das Problem ist, damals hatte ich noch nicht so ein cooles Mikro wie jetzt und das Mikro macht schon viel aus, gebt zu. Also wenn ihr euch alte LPs oder so von mir anguckt, dann ja. Und das habe ich mit Astro A10 aufgenommen. Story ist eigentlich genau gleich wie bei New Super Mario Bros U. Unterschied ist, dass Mario gedacht hat, yo, ich habe eine Blinddarmentzündung, ich komme diesmal nicht zum Kuchen essen. Das ist einfach nur eine Ausrede dafür, dass Peach eigentlich keinen Kuchen backen kann. Und Mario eigentlich immer denkt so, yo, er hätte eine Chance bei Peach. Und dann backt sich so einen hässlichen Kuchen. Und darauf hat Mario keinen Bock mehr, deswegen bleibt er zu Hause. Super. Wunderbar. Was das Besondere an dem DLC ist, oder damals war es ein DLC, dieses, ähm, dieses Mal also auf der Switch-Version ist es ja sofort dabei, was übelst die Abzocke ist. Alter, früher hat das DLC 40 Euro oder so gekostet. Jetzt war es einfach gratis dabei. Also wenn ihr es noch nie gespielt habt, dann wird sich die Switch-Version echt lohnen. Ähm, Schwierigkeit ist, Luigi kann zwar höher springen, aber schlittert umso mehr. Und die Level gehen auch nur 100 Sekunden. Was viel weniger ist. In jedem Level sind Pixel-Luigis verteilt. Aber, die werden wir noch sehen. Ähm, wenn ich sie nicht sehen sollte, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ich versuche alle zu finden, kann euch aber nicht alles versprechen. Ich weiß nicht mal, ob die Pixel-Luigis zu den 100% gehören. Gehören die zu den 100%? Kann man, kann man mir das mal unten in die Kommentare schreiben. Weil ich habe online nichts gefunden. Ja, wird schon machbar sein, dass wir die finden. Super. Genau die gleiche Map wie bei Super Mario Bros. U Deluxe. Willkommen bei den Feist-Hörnchen. Und jetzt sieht man auch schon was Besonderes. Ich kann euch, das kann man am Anfang zeigen. Guckt mal, wie hoch Luigi springen kann. Und hier ist der Pixel-Luigis übrigens. So. Oh Gott, und der schlittert übelst. Ob ich das hinbekomme? Oh Gott. Nein, nein. Gib mir die Eichel. Wunderbar. Hier haben wir wenigstens ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Sobald wir den Anzug anhaben. Oh Gott. Und da ist die zweite. Also die Levels sind auch echt klein. Wir kommen echt gut voran. Wunderbar. Okay, und das war das erste Level. Und das müssen wir jetzt noch so 60 Mal machen oder so. Nein, es gibt natürlich auch Level, die abnormal schwer sind. Und Pixel-Luigis können sogar teilweise hinter dem Ziel versteckt sein. Also es gibt zwei, drei, die sind hinter dem Ziel versteckt. Mal schauen. Aber wir kommen echt gut voran mit dem Kanal. Ich habe jetzt fast alle meine Switch-Spiele schon durchgespielt. Das heißt, wir können demnächst mal mit Wii spielen oder NES-Spielen anfangen. Oder je nachdem, mit anderen Sachen irgendwie Content produzieren. Schreibt mir einfach, auf was ihr Lust habt. Es ist ein Community-Kanal. Ja, da war eine. Ich hatte es noch im Kopf. Schreibt es einfach in die Kommentare, auf was ihr Bock habt. Es ist ja ein Community-Kanal. Ich bin ja nur der Typ, der produziert. Und das macht mir auch echt Spaß. Also, ja. Und seitdem... Wie soll ich sagen? Seitdem mein Kanal ein bisschen größer ist... Dein Ernst? Dein Ernst? Also wir kommen jetzt schon nicht mehr an die letzte Star-Kon... Jetzt reicht's. Warte mal, kann man neu starten? Nee. Wow. Wunderbar. Zweites Level. Übels aufs Maul bekommen. Als ob... Okay. Der erste Tod. Hätten wir damit auch geschafft. Nee, eben. Wo waren wir stehen geblieben? Genau seitdem mein Kanal ein bisschen größer ist... Macht mir das auch ein bisschen mehr Spaß. Weil zum ersten Mal so richtig diskutiert wird hier auf dem Kanal. Und das finde ich übelst cool. So, hier, du könntest Ultimate Chicken Horst machen. Oder sowas. Das ist super. Aber content-technisch sind wir jetzt die nächsten paar Monate ausgesorgt. Paper Mario kommt raus. Ultimate Chicken Horst. Super Mario Luigi U. Wunderbar. Was hab ich noch geplant? Donkey Kong Tropical Freeze. Das würde ich dann gerne mit Facecam spielen. Und dann gibt's auch Donkey Kong Tropical Country. Der erste Teil kommt am 15. raus. für SNES Online. Oder SNES Online. Und das werden wir auch noch machen. Für die letzte Münze brauchen wir die Eichel. Und zwar brauchen wir die bis zum Ende vom Level. Deswegen hab ich die jetzt noch nicht geholt. Problem bei der Geschichte ist, wir haben gerade aktuell keine. Und ich warte, bis das Item da vor uns aufploppt. Das heißt, wir machen jetzt als erstes den Turm. Und gehen nachher einfach zurück. Ah, jetzt kommen die dummen Zwischensequenzen. Oh mein Gott, die sind so doof. Oh shit. Und Peach schreit schon nach Luigi. Weil sie weiß, dass Mario eine Blinddarmentzündung hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann mich an das Level erinnern. Das ist abfuck. Okay. Wunderbar. Der erste Starcoin ist da. Und die zweite ist hier. Holy. Moly. Kennt ihr doch Holy LP? Falls das euch jemandem was sagt. Der Typ macht einfach kein YouTube mehr. Ja, lü. Gome hat eine Zeit lang jetzt auch kein YouTube mehr gemacht. Also die ganzen alten Minecraft-Youtuber verschwinden mit der Zeit von der Bildfläche. Weil Minecraft... Oh lol. Hier ist was. Was ist hier? So langsam von der Bildfläche verschwindet. Und ich finde, mein Content ist... ...den voraus. Weil Nintendo immer neue Spiele rausbringt. Lül. Also nicht nur Nintendo. Auch sowas wie Clever Endeavor oder wie die Typen heißen. Oh mein Gott. Wir sind schon da. Lül. Ah, übrigens, wenn man durch eine Boss-Tür geht, kriegt man noch 100. Das heißt, theoretisch habe ich ein besseres Konzept. Praktisch muss ich noch ein bisschen besser werden in Unterhaltung und so. Wild. Ah, bum bum, sollte keine Herausforderung mehr sein. Ich meine, guckt es euch an. Der kann nichts. Ich habe so viel Mario Maker gespielt, der... Ne? Da ist sogar ein Goomba schwieriger. Ja, die erste Welt ist easy. Außer das zweite Level. Das zweite Level nervt mich jedes Mal. So, nehmen wir das Ding hier mit. Und... Geh grad weiter. Hier geht's. Ah, mit dem Yoshi könnten wir theoretisch auch dahinter. Den könnten wir theoretisch sogar länger behalten als die Eichel. Weil wenn man einmal die Eichel verloren hat. Ähm, hallo? Lül. Wunderbar. Ja doch, dann nehmen wir... Machen wir das mit dem Yoshi. Ich glaube, mit dem Yoshi kommt es grad nochmal besser. So, was gibt's hier Münzen? Wunderbar. Hier ist die zweite Starcoin. Oh! Oh, das war übelst knapp. Als ob keiner gestorben ist. Lül. Wunderbar. Den Yoshi lassen wir hier. Den kann man eh nicht ins Next Level mitnehmen. Leider. In Mario World konnte man das noch. Aber hier anscheinend nicht mehr. Super. Danke für gar nichts. Was ich auf jeden Fall versuche, dieses Jahr noch rein zu quetschen in den Uploadplan, ist Mario 3D World. Ich glaube, da hat jeder Bock. Das Spiel ist so cool und so schön. Obwohl es kein wirkliches Open World ist. Oh, Lül. Erstmal ausräuchern. Das Zeug. Oh mein Gott. Ah, ich hasse Pilzlevel. Ne, Pilzlevel sind nicht meins. Haben wir jetzt schon eine Coin verpasst? Ne, oder? Oh, hier ist... One up. Das war die zweite? Wo ist die erste? Habe ich also... Lol. Okay. Da können wir einfach so hoch springen. Oder über die Röhre. Also gibt es mehrere Möglichkeiten. Einfach ein bisschen rumgucken. Zum Glück war die nicht so weit weg. Ja, moin. Alles klar. Ich glaube, wir müssen da hoch. Ah, ne, warte mal. Ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen hier hoch. Ah, ich habe gar nicht auf den Pixel-Luigi geguckt. Verdammt. Ähm. Ja. Hier ist er. Aber wie schon gesagt, ich glaube, die gehören nicht zu den 100 Prozent, oder? Ich glaube, das sind dann 110 Prozent. Hm. Du hast es geschafft. Mysteriös. Ich habe keine Ahnung. Ohne Witz. So. Dann holen wir uns jetzt den, ähm, Baby-Yoshi. Und gucken, wie es weitergeht. Ohne Witz. Ah, stimmt. Der sagt ja was. Yoshi! Hey, ich bin dein Baby-Yoshi. Yoshi! Bestimmt weißt du, wo man Leckereien findet. Ich laufe dir einfach mal hinterher. Jo. Ich zeige dir, wo es eine Leckerei gibt. Spezialität der EZB, also Europäischen Zentralbank. Geld. Eine Starcoin. Das heißt, wir nehmen den jetzt mit. Und die Musik verändert sich. So, wo ist der Pixel-Luigi? Er macht sogar den Mund auf, süß. Wunderbar. Ja, dann müssen wir einfach nochmal das ganze Level hier machen. Das geht ja recht schnell. Also hier können wir noch recht viel labern. Aber nachher wird es schon anders. Ah, wir brauchen den Yoshi gar nicht. Wunderbar. So. Natürlich gibt es auch hier einen versteckten Ausgang. Jetzt, pass mal auf. Wo erwartet ihr jetzt hier einen versteckten Ausgang? Hier, oder? Bullshit. Das Schild hier ist so unnötig. Guckt es euch an. Okay. Na dann. What the fuck? Einfach nur what the fuck? Und hier ist der versteckte Ausgang. Es ist so absolut random. Und wir haben sogar wieder eine Schnappszahl. Was bekommen wir dieses Mal geschenkt? Draußen, danke für deine Hilfe. Nimm das. Ah! Die verdammten Toads. Wie ich sie hasse. Die haben alle die gleiche Stimme. Ich hoffe, Paper Mario wird nicht so zugespamben mit Toads. Ohne Witz. Das ist mein größter Wunsch aktuell. Gut, verstecktes Level. Das machen wir aber erst später. Ich glaube, die machen wir immer als letztes. Ja, mal gucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass das recht schwer ist. Deswegen habe ich da ein bisschen Respekt vor. Ah ja. Mal gucken. Piranha Gartenparty. Okay, wow. Ich glaube, hier ist was. Genau. Die Miniröhre ist total unnötig. Kann man aber mal zurück, wenn wir einen Minipilz haben. Wäre mal interessant zu wissen. Komm mal runter. Bruder. Komm runter. Dankeschön. Oh mein Gott. Absolut lost. So. Geh mal hoch. Dankeschön. Okay, wir haben jetzt Yoshi geopfert, aber wir haben die Starcoin. Das ist wichtig. Wunderbar. Das war das schnellste Level bisher, oder? Das sind nicht mal 40 Sekunden gewesen. Also die Level sind echt klein. Deswegen habe ich gedacht, ich kann es jetzt hier noch reinquetschen. Vor Paper Mario. Aber mal schauen, ob ich nicht doch falsch liege. Kämpfe gegen die Piranha-Pflanze, ja, komm. Ich weiß nicht mal, ob das zu den 100% gehört, aber wir machen es einfach mal. So, wie macht man die am besten platt? Ich weiß es nicht. Ah, mit einem Stern. Wunderbar. That's it. Und wir bekommen einen Propeller-Pilz. Da sind nicht mal mehr die Toads drin? Waren bei der Wii-Version nicht so Toads in den Dingern? Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Nö. Okay, erster Boss. Das ist gut, dass wir das noch im ersten Part schaffen. Bin ich auf jeden Fall Fan von. Okay, und ich glaube, wir brauchen weiterhin die Eichel. Dann haben wir auf jeden Fall einen Vorteil. Oder so. Tatsächlich. Oh Gott, rote Münzen. Sind die wichtig? Ich weiß nicht. So, was passiert hier? Wunderbar. Oh lol. Ich glaube, in dem Castle bekommt man nicht mal ein Ding. Eine Eichel. Oder über die roten Münzen vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Domtendo hier mehrmals gefehlt hat. Gefehlt. Ah ja. Er hat sich abgemeldet so. Jo, Bruder, bin krank. Wow. Okay. Wo ist der Pixel Luigi? Der ist echt schwer zu erkennen, glaube ich. Hm. Ist er hier irgendwo? Ja, tatsächlich. Wow. Ich habe es total zufällig jetzt gemacht. Der ist tatsächlich dort hinten. Wow. Okay. Ich wüsste aber nicht, wo er im letzten Level war. Ab und zu suche ich sie. Ab und zu nicht. Ist aber immer so ein bisschen, ähm... Schön, wenn man die Dinger findet. Vor allem ganz zufällig. Ich gucke sie nicht nach. So. Lemmy ist der erste Boss. Kriegt aufs Maul auf jeden Fall. Jetzt guckt euch mal das an. Das ist absolut überpowert. Wir gewinnen sogar in Höhe. Ich meine, guckt es euch an. Wir müssen nicht einmal den Boden berühren. Es ist das lameste... Also, ganz ehrlich, wenn ihr den Boss lame besuchen... Ähm, besiegen wollt... Lol. Wie Luigi vor allem geschlittert ist. What the fuck? Naja, das wird noch ein Problem in zukünftigen Parts. Aber schön, dass wir jetzt auf jeden Fall mal die erste Welt hier abgeschlossen haben. Also, gut, es geht halt. Ein Level fehlt noch. Aber das machen wir, wie schon gesagt, später. Erster Boss ist down. Im nächsten Part geht's weiter. Wenn euch das Format gefällt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, blast mir in Schuh. Ich würde mich auch über ein Abo freuen. Und wenn ihr ganz cool sein wollt, dann aktiviert die Glocke. Im nächsten Part geht's weiter. Tschüss und bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017